hallo leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge minecraft das ist die die märz 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 wir sind im klar und da sieht er schädig in dieser scheiß aus und da hat er einen rumback im stadt hat den anderen das geht der hat auch was ich bin sogar manchmal noch besser man ist diese kombinieren also falls jemand ein kennt bei dem beides drin ist so bewegungsverzerrung und noch dieses scharf stellen dass man so wenn man hier drauf guckt das seines dahinten unscharf ist oder so weil dieser motion blöder der der läuft richtig flüssig alter das sieht richtig gut aus gut ich hab mein equipment naja equipment schwert blöcke und eine spielzeuge wir brauchen wir auch nicht auf dem map klar an sich ist es ja genau der gleiche schädel wie sie ist und da aber der schädel hat halt noch dieses bewegungsverzerrung drin nein 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 du brauchst die dinger nicht ab bin ich zu früh ja das war zu früh aber so geil ist vielleicht auch mal wenn man so ganz oben an kommt auf dem baum mal gucken ich glaub nicht dass wir noch als erstes da sind naja wenn die gegner schon was soll ich denn sonst machen dann können die nicht so leicht drüber bauen du trottel ja okay jocke bisschen tactics muss aber auch mal entwickeln ohne taktik zu spielen ist scheiße ja guck mal so müssen die gegner sich erst hochstecken um hier hin zu kommen wir natürlich auch aber ja xx namenlos ip hohohohoho nein oh man warum das ist so scheiße mit dem hochlaufen man kann einfach fast gar nicht hochlaufen das ist so schwer hier hochzulaufen irgendwie ich hätte es ja fast gepackt ich brauch auf jeden Fall das 3er Schwert das 3er Schwert oder natürlich das 5er Gold Schwert oder natürlich das 5er Gold Schwert oh ich find das so nice ich feier das grad so mit dem Shader noch ein Eisengut dann hab ich das andere Rüstung ach ich wär fast bei den Gegnern drin gewesen richtig knappe Sache es wär noch gut wenn mal wenn mal hier drin ist dass wir dann auch nochmal irgendwie so eine Taste für zurückgäbst aber das wär auch noch cool dann holen wir uns halt auch mal nochmal die Rüstung dann kann sich mit einem Goldschirm Goldapfel kaufen dann kannst du 2 hier eine kiste mit krams krams kommt jetzt ich war so knapp vom bett an mit der mich nicht bemerkt okay der hat schon mal einen bogen das ist auch schon mal nice wir belagern die schon mal ganz schön hart da liegt noch mehr gold nein mal her damit jetzt glaube ich mir das eisenschwert sie haben so trotzdem eine treppe geburt sind ja auch mal schlau ich wollte extra sind ding damit mehr aber wir haben ja die mitte aber wenn es halt immer haben das sind wir am okay es gibt sogar noch ein bogen kann man schildern an den einzelnen dann habe ich wirklich mal gutes equipment naja bis auf aber ich habe immerhin alles und alles mit gold gekraftet also von sachen die schaden machen von schwert spitzacke und bau gehen weil diese billig varianten die sind ja auch nichts immer so china importet und so dass ein billig scheiß schweiß schlafen außerdem schneidbar ganz nett snipe aber für wenigstens der plattform haben Sollten wir einfach mal... Leute, was sind jetzt die anderen Typen hingegangen? Hallo. Hallo. Wo seid ihr denn abgeblieben? Ach da hinten. Oh Gott, das warst du dich. So. Stop. Wow, wow, das war knapp. Oh, Gott. Komm doch mal bitte. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich habe lieber den guten Bogen, weil... Der macht dann viel Schaden, weil... Wenn ich ihn einmal treffe, mache ich dann mehr Schaden wie sonst. Trotzdem bedanken wir. Oh, Gott. Lol, der hat mir einen Schaden gemacht. Das macht ja fast gar keinen Schaden. Lol, ich habe den hinten beim Shop getroffen. Ich würde eigentlich den da oben treffen. Ja, das ist zu nieder, eindeutig. Soll ich rüber gehen? Ich weiß es nicht. Ah, ich werde geblendet von der Sonne. Hat jemand noch was geschrieben? Soll ich rüber gehen? Hallo. Dann müsst ihr euch die erst mal wegballern. Ach, da hinten liegt man oben. Lol, ich habe den noch hier eingeschmissen. Lol. Hat ihn so viel geschickt. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ah, so schnell wieder aufgebaut. Fuck. Fuck. Das nenne ich Post-Brain-Wing. So. So. Einfach bauen. Erstmal wieder Futter. Stehens. Wir brauchen unbedingt eine Krabi. Eine Krabi wird ja perfekt. Aber ich werfe die nett. Ich werfe sie nett, ich werfe sie nett. Aber man darf die nett allein lassen. Meistens ist es so, wenn ich dann zurückgehen will, was holen, dann stürmen die. Trotzdem muss ich jetzt zurückgehen. Okay. Okay. Hopp, der Krabi ist doch viel besser, oder? Ich kann beides nicht werfen, oder? Nein, nichts drin. So, hier ist der Gold. Geh ich wieder zurück auf meinen Posten? Nein, warum läufst du denn? Du weißt schon, dass die jetzt direkt wiederkommen. Immer einer muss vorne bleiben, das ist klar. Boah, ich liebe Shader. Und ich habe vorhin erst gemerkt, dass man auch mit der 1.7 rein kann. Und dafür gibt es ja schon Shader. Für die 1.8 gibt es halt noch keinen Shader. Aber die meisten Server gehen ja noch für 1.7. Die trifft man fast gar nicht. Na, ist so. Ist so niedrig, so. Noch höher. So. So. Hopp. So. So. Ich treffe ihn jetzt. Ich weiß es. War das eben richtig, von der Höhe her? Lol. Ich kann ja genauso gut schießen wie ich. Alter, wie krass ist das denn? Endlich mal jemand auf meiner Wellenlänge. Ich spamm jetzt auch mal. Aber nur, weil ich ihn nicht treffe. Man muss den ja irgendwie zeigen, ich bin noch da. Hallo. Das muss eindeutig so hoch, oder? So hoch. Oder so hoch. Oder so. Yes! Alter, der hat auch seinen Winkel gefunden. Oh Gott! Mann! Hallo, hast du jetzt eine Kaffee, oder? Dann! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss regeln. Was? Are you kidding me? Ernsthaft? Hallo, ich kannte erst recht das hin. Hier noch ein paar Blöcke. Oh Mann. Mann. Scheiße. Mann. 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 Was findet ihr jetzt immer von uns, Alter? Wo ist denn unser anderer? Wir brauchen jetzt eine Enddaten Gravi. Wir haben jetzt übel viel Gold. Wir haben 29 Gold. Was sollen wir machen? Ich wäre ja persönlich für eine Gravi, aber ich bin ein Teamplayer. Ich sammle nicht das ganze Gold für etwas. Oder ich hole mir einfach... Das lohnt sich mehr. Ich weiß es nicht. Oder zwei Enderperlen. Komm, zwei Enderperlen lohnt sich bestimmt mehr. Ja, klar. Okay, nee. Dann gibt es ja nur noch einen anderen. Das habe ich nicht... Alter. Die haben das Welt ja mal super zugebaut. Okay, Team Rot hat noch einen Spieler. Warum geht die denn alle so gleichzeitig auf? Haben die sich irgendwie abgesprochen? Und wo ist jetzt der andere Typ aus meinem Team? Ich würde gern wissen, sind wir noch zwei, ja. Power Gamer und ich. Meine Katja, fühl dich doch jetzt. Entweder gewinnst du jetzt allein gegen uns beide, dann ist deine Katja gut. Dann stimmt sie. Oh, nimm doch deine Enderperle. Hallo. Nimm mal deine Enderperle. So. Oh Gott, Mann. Nimm jetzt die verdammte Enderperle. Was macht der? Nimm jetzt diese scheiß Enderperle. Jetzt haben wir die mit verloren gegen einen. Lol. Hä? Habe ich die gerade weggeworfen? Lol. Wo ist die Enderperle hin? Wir brauchen die Enderperle, um durchzukommen. Ja, wir haben noch genug Gold. So, 20 Gold. So. 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 So, Comets. Das ist mir dann immer mehr. Jetzt sind wir in dieser Scheiß-Situation. Jetzt sind wir in dieser Scheiß-Situation. Okay, eigentlich mache ich das nicht, aber... So, jetzt wird er noch kurz gebettelt werden. Jetzt will ich aber noch die Ender-Pelle werfen. Hä? Was soll denn das jetzt? Ach, der hat das Spiel verlassen. Ach, Mann. Ich hätte gerne noch die Ender-Pelle geworfen. Na, dann schaut morgen wieder vorbei. Tschüss.